Oh mein Gott, nice, danke! Hat mir grad irgendwie leicht den Arsch gesaved. Aber es kann auch falsch sein, weil er hat nur einmal miaut, deswegen doch, die Flüchtlinge überingerollt. Weil er auf meine Füße war... Ja, hab ich schon. Den vorgemacht er schon. Ja, das ist ja cool. Was? So willst du dir holen? Ne Laserpointer darunter Amen.